Die Mürzer Messe Light & Digital mit Hausmessen, einen tollen Gewinnspiel, zahlreichen Messeangeboten in den Geschäften der Stadt Mürzzuschlag, findet von 5. bis 7. November 2020 statt. 3 Tage Messe, digital, 3 Tage live aus dem Messestudio, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf www.mm2020.at und in den Kabelnetzen der Stadtwerke Mürzzuschlag und Jarnetz im Neuberger Tal.